So, da haben wir also einen Job als Gärtner beim König ergattert. Super, doch irgendwas stimmt mit der Teamkommunikation nicht. Nur einer weiß, welche Vorlieben der König hat und die ändern sich ständig. Also heißt es, stetiges Aufbauen, stetiges Abreißen, das ist Gardeners, ein kooperatives Legespiel. Misch zunächst alle Legeplättchen. Die gibt es in drei verschiedenen Hintergrundfarben, also in gelb, grün und braun und dann mit verschiedenen Elementen. Da gibt es dann diese kleinen Blumen hier, es gibt größere Büsche, jeweils in drei Farben, nämlich orange, grün und pink. Es gibt Bänke, es gibt Wege und es gibt Brunnen. Diese ganzen Elemente sind gleich wichtig, denn mit ihnen müssen Aufgaben erfüllt werden. Doch wie gesagt, nicht alle Spieler kennen die Aufgaben. Bildet aus den Legeplättchen gleich hohe Stapel, die liegen offen aus und jeder Spieler erhält einen solchen Stapel. Wir spielen jetzt hier im Spiel zu dritt. Jetzt schauen wir uns die Aufgabenkarten an. Auf der Rückseite jeder Karte ist die Art der Aufgabe vorgegeben, aber nicht die eigentliche Aufgabe an sich. Hier beispielsweise müssen grüne Plättchen aneinandergelegt werden und das Ganze siebenmal, orthogonal, heißt waagrecht oder senkrecht, angrenzend. Die nächste Karte zeigt eine Formation. Hier müssen in drei Reihen jeweils drei gleiche Plättchen aneinandergelegt werden, doch welche Plättchen sind das? Das weiß nur derjenige, der die Aufgabe gleich erhält. Alle anderen sehen nur die Rückseite. Im eigentlichen Spiel werden wir gleich einen 6x6 Raster aus Plättchen bilden. Diese Formation aus 3x3 Plättchen muss dann mindestens einmal vorkommen. Die nächste Aufgabenart sagt, dass bestimmte Dinge nicht aneinander liegen dürfen. Das wären hier die Bänke und die Brunnen. Bei diesem Aufgabentyp dürfen bestimmte Plättchen nicht einzeln liegen, doch welche sind das? Welche dürfen nur aneinandergelegt werden? Das sind hier die großen Pflanzen, also diese buschartigen Pflanzen. Da diese nicht farbig dargestellt sind, sondern in Grau, gilt diese Aufgabe für sämtliche Pflanzen, also für alle pinkfarbenen, für alle gelben und für alle grünen. Bei diesem Aufgabentyp dürfen bestimmte Plättchen nur im Inneren des Rasters liegen, niemals am Rand. Die Karte gibt es auch genau in umgekehrter Ausrichtung. Ja, was darf jetzt hier nur in der Mitte liegen? Das wären hier die Brunnen. Das Element kennt allerdings wieder nur der, der die Karte gezogen hat. Beim nächsten Aufgabentyp schauen wir auf die Bänke und die müssen dann in eine bestimmte Richtung blicken. Das heißt, von der Bank aus muss ich ein bestimmtes Element sehen. Das wären hier die grünen Büsche, egal in welcher Entfernung sie sich befinden und egal, was dazwischen liegt. Die nächste Karte betrifft die Wege. Hier muss ein geschlossener Weg gebildet werden, der aus mindestens sechs Plättchen besteht. Ja, und so eine Karte gibt es dann auch noch mit einem eingeschlossenen Element. Da ist dann die Anzahl der Wegeplättchen egal. Allerdings muss dann mindestens einmal das angezeigte Element, hier die Bank, darin eingeschlossen sein. Okay, jetzt kennt ihr die Aufgabentypen. Wir bilden daraus einen Stapel. Wir nehmen den Timer. Der beträgt 15 Minuten. Die Sanduhr wird dann umgedreht und der erste Spieler zieht die erste Aufgabenkarte. Nur er sieht jetzt, was da nicht aneinander liegen darf. Das sind im Beispiel die grünen und pinkfarbenen Pflanzen. Alle anderen wissen nur, dass etwas nicht aneinander liegen darf. Aber was, wissen sie nicht. Jetzt spielen alle gleichzeitig. Alle Spieler legen immer das oberste Plättchen ihres Stapels in die Mitte. So bildet sich dann eine aneinanderliegende Auslage. Da kann es natürlich passieren, dass die Aufgabe nicht beachtet wird, denn die anderen kennen sie ja nicht. Jetzt habe ich die Möglichkeit als Wissner, ein Plättchen zu entfernen. Darf das aber nicht umpositionieren, sondern muss es einem anderen Spieler hinlegen. Der hat dann die Wahl, ob er dieses Plättchen direkt neu positionieren möchte. Oder wie der das oberste von seinem Stapel nimmt. Auf diese Weise wächst die Auslage immer weiter und weiter. Natürlich kann es dann auch in dem Eifer des Gefechtes passieren, dass ein Plättchen in die Mitte rutscht, das eigentlich falsch liegt. Jetzt kann so ein Plättchen nicht direkt entfernt werden. Es dürfen immer nur Plättchen vom Rand entfernt werden. Der Wissner möchte dieses pinkfarbene Plättchen hier aus der Mitte entfernen. Da muss er erst das grüne Plättchen entfernen, um an dieses Plättchen heranzukommen. Die entfernten Plättchen platziert er nicht neu, sondern gibt sie wieder anderen Spielern. Die müssen daraus Rückschlüsse ziehen und sie an bessere Positionen legen. Ja, das geht jetzt weiter und weiter, solange bis irgendwann ein 6x6-Gitter ausliegt. Jetzt stellt sich die Frage, ist der König zufrieden? Und der Wissner sieht gerade noch rechtzeitig, nein, der König ist nicht zufrieden. Da muss er noch einmal Plättchen tauschen. Hier oben liegt noch grün an pink, also entfernt er das grüne Plättchen. Jetzt muss er einfach noch ein weiteres entfernen und es einem anderen Spieler geben. Dann ist ja eigentlich klar, was passieren soll. Diese Plättchen sollen getauscht werden. Tja, wenn jetzt der, der die Plättchen erhalten hat, gut aufgepasst hat, weiß er natürlich, dass das pinkfarbene Plättchen nach links soll und das grüne nach rechts. Und jetzt kann der Wissner-Spieler mit Fugung recht sagen, ja, der König ist zufrieden. Ich hoffe, die anderen haben jetzt aber auch verstanden, was hier die Aufgabe war, denn sie kennen sie nach wie vor nicht. Stattdessen kommt jetzt eine nächste Aufgabe ins Spiel. Der nächste Spieler, also der zweite Spieler, zieht eine zusätzliche Aufgabe. Jetzt wissen wir, dass irgendetwas nicht am Rand platziert werden darf. Doch was es ist, keine Ahnung. Die Plättchenauslage bleibt bestehen. Das heißt, der Wissner-Spieler kann jetzt nun nach und nach einzelne Plättchen vom Rand entfernen, kann sie anderen Spielern geben und die müssen dann ihre Rückschlüsse daraus ziehen, wo diese Plättchen denn besser platziert sind. Wie gesagt, nur freigelegte Plättchen dürfen getauscht werden. Möchte also ein Spieler an das zweite Plättchen in eine Reihe rankommen, muss er zunächst das äußere entfernen und kann dann erst das zweite herausholen. Jetzt liegt hier wieder eine 6x6-Auslage und der zweite Spieler sagt, der König ist zufrieden. Doch der erste Spieler sagt, nö, das ist er überhaupt nicht. Er entfernt zwei Plättchen, gibt sie einem anderen Spieler, der tauscht sie einfach, hat also die richtigen Rückschlüsse gezogen. Und jetzt sagen beide Spieler, der König ist zufrieden. Doch die Zeit läuft weiter und es ist immer noch nicht Schluss. Stattdessen bekommt nun der dritte Spieler auch noch eine Karte. Spielt ihr nur zu zweit, erhält dann der erste Spieler eine zweite Karte hinzu. Das heißt, eine weitere Aufgabe. Jetzt müssen alle Bänke jeweils auf ein bestimmtes Element zeigen, egal in welcher Entfernung, egal was dazwischen liegt. Doch welches Element ist das? Der Wissner-Spieler entfernt als erstes den orangefarbenen Busch. Vielleicht ist das ja schon der Hinweis, dass dieser gemeint ist. Haben alle gut aufgepasst und gehen davon aus, dass das die Lösung ist. Dann müssen jetzt noch alle anderen Plättchen ins richtige Arrangement gebracht werden. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Zeit läuft ja auch gnadenlos gegen uns. Jetzt müssen Plättchen entfernt werden, es müssen Plättchen getauscht werden, es müssen Plättchen neu hingelegt werden. Solange bis wieder ein 6x6 Gitter entsteht. Und vielleicht dann der dritte Spieler sagt, ja, der König ist zufrieden. Aber alle anderen Aufgaben müssen natürlich auch noch beachtet werden. Das heißt, die anderen Spieler müssen ebenfalls mit ihren Aufgaben zustimmen. So, hat der erste Spieler jetzt hier oben links ein Problem, denn da liegt wieder Grün und Pink. Also heißt es weitertauschen. Ist der König mit allen drei Aufgaben zufrieden, dann wird die erste Karte aufgedeckt. Das heißt, jetzt wissen alle, dass Grün nicht an Pink liegen durfte. Na, hoffentlich haben das aber alle auch schon vorher bemerkt. Diese Karte wird jetzt als Siegpunkte-Karte abgelegt. Die Zeit läuft währenddessen gnadenlos weiter und das Spiel geht weiter. Die zwei Karten, die noch im Spiel sind, bleiben im Spiel weiterhin verdeckt für die, die die Aufgaben nicht kennen. Jetzt kommt aber wieder eine dritte, neue Aufgabe hinzu. Diesmal dürfen zwei bestimmte Sachen nicht aneinander liegen. Welche das sind, weiß wieder nur der, der die Karte gezogen hat. In diesem Fall dürfen keine Plättchen mit gelbem Hintergrund aneinander liegen. Ist dem Spieler diese Aufgabe zu schwer oder meint er, diese ist gar nicht erfüllbar, kann die Karte auch abgelegt werden. Die erste Karte, die einfach so abgeworfen wird, bringt noch keine Minuspunkte. Jede weitere abgelegte Karte dann aber schon. Nach Ablauf der 15 Minuten wird dann geschaut, wie viele Aufgaben konnten die Spieler erfüllen. Erfüllte Aufgaben bringen Pluspunkte, eventuell abgeworfene Karten bringen Minuspunkte, sofern es mehr als eine Karte ist, die aus dem Spiel entfernt wurde. Jetzt wird in der Tabelle in der Anleitung nachgeschaut, wie gut die Gruppe war. Mit vier Punkten haben wir uns hier noch nicht mit Ruhm bekleckert. Da ist noch einiges mehr drin. Gardners liegen speziell vorsortierte Karten bei, mit denen ihr den Einstieg ins Spiel leichter gestaltet. Dann werden nämlich erstmal Einführungsszenarien gespielt. Umgekehrt gibt es aber auch noch einen Pack mit Expertenkarten, der erst dann freigeschaltet wird, wenn ihr die entsprechenden Punkte erzielt habt. Ruhig durchatmen, ruhig durchatmen. Oh, oh, Hektikspieler und ich, das ist ja eine lange Geschichte voller Missverständnisse. Dinge in wenigen Sekunden erfassen, Zusammenhänge herstellen und umsetzen, das ist für mich mit Anstrengung verbunden, wenn der Gnadenlos eine Sanduhr neben mir steht, die mir zeigt, wie lange ich doch gerade wieder brauche. Und dann sind da ja noch die Mitspieler, deren Köpfe zunehmend rot anlaufen, wenn ein und derselbe Fehler immer wieder neu gemacht wird, einfach weil man gerade nicht rafft, worauf es ankommt. Die Idee, ein Legespiel kooperativ an eine Deduktionsaufgabe zu knüpfen, ist für mich noch neu. Ein wenig erinnert das Spielgefühl an Cryptid, allerdings wurde das ja nicht auf Zeit gespielt. Gardners beginnt recht simpel, einfach Plättchen auslegen und sehen, was passiert. Der wissende Spieler, der die Aufgabe im Detail kennt, wird derjenige sein, der unwissentlich fehlerhaft gelegte Teile wieder den Mitspielern zuschiebt. Doch können die Schlussfolger, an welche Informationen damit übermittelt werden sollen? Wo soll das Teil stattdessen hin? Oder ist es wichtig, Platz für ein Plättchen vom Stapel zu schaffen? Mit später drei Aufgaben im Spiel ist das eine Herausforderung und wenn man wirklich viele Aufgaben innerhalb der 15 Minuten schaffen möchte, muss man gut als Team funktionieren. Das Spiel erleichtert den Einstieg mit den Startszenarien, das ist schon mal nett gemacht. Spielt man dann aber in der Standardversion, wird es anfangs noch recht bitterliche Ergebnisse geben. Wenn sich das Team eingroovt, wird es aber zunehmend nonverbale Kommunikationselemente geben, die einem sofort klar machen, worauf es nun ankommt, da entwickelt das Spiel auf jeden Fall eine Lernkurve. Damit es hinterher nicht zu leicht wird, gibt es dann ja noch die beigefügten Expertenkarten. Ja, die Idee hinter Gardeners, mit wenigen Symbolen und Farben eine komplexe Deduktionsaufgabe zu stellen, die ist wirklich gelungen. Ob man das Spiel dann wirklich mag, ist noch eine andere Frage. Geduld ist zum Beispiel nicht meine Stärke. Und wenn ich eine Aufgabe nur erfüllen kann, wenn ich mühsam die Hälfte aller gelegten Plättchen wieder abreißen muss und dann zusehen muss, dass alle gemeinsam eine neue Anordnung schaffen, und die sowohl der eigenen als auch allen anderen Aufgaben entspricht, dann kann mich das persönlich auch mal etwas nerven. So Fleißaufgaben sind dann einfach auch nicht so mein Ding. Er platzt meine Halsschlagader, wenn jemand einfach nicht kapiert, was ich ihm sagen will, oder wenn ich merke, dass der Neubau des Gartens einfach echt viel Zeit kostet. Für meine persönliche fehlende innere Ruhe kann das Spiel aber nichts. Von daher solltet ihr euch selbst einschätzen, wie ihr mit stetigen Veränderungen und Zeitdruck umgehen könnt. Bleibt ihr gelassen und seht dies als Herausforderung, dann ist das Spiel sicher eine Empfehlung wert, denn ein solches Legespiel ist bislang noch unverbraucht. Alles in allem bekommt das Spiel von mir insgesamt gute sieben Punkte. Meine schriftliche Rezension findet ihr zudem wie immer ergänzend auf unserer Webseite.